Wer seid ihr? Ich bin Lubin Kajokic, ich spiele Gitarre in dieser Band. E-Gitarre. E-Gitarre. E-Gitarre, E-Gitarre. Ich bin Jelena Poprosan, spiele Bratsche und singe in dieser Band. Ich bin Maria Petrova, ich spiele Schlagzeug per Kaschen und versuche zu singen ab und zu. Lina Neuner, ich spiele Popros. Und wie heisst eure Gruppe? Wir sind Madame Barhul. Madame Barhul. Und machen Barhul. Das war der neue Jingle von Radio Orange und der Sendung mit Christina Bachler und Stars. Unter Tage. Unterwerksbau österreichischer Musik. Jeden dritten Sonntag des Monats um 22 Uhr. Radio Orange 94.0